Geliefert wie bestellt, könnte man sagen. Zumindest mal beim DAX geht es schon mal ganz gut, denn der Kurs hat die Marke von 15.800 erreicht, wenn man so will, zumindest beim Future. Die Marke, die hatten wir uns hier beim Future ausgerechnet, beim DAX Index ist ja immer eine gewisse Abweichung hier mit dabei, wenn ihr euch jetzt wundert, wie kann das sein? Ja, der DAX Index, der ist natürlich nicht auf Future-Kurs, trotz alledem, auch hier gilt natürlich grundsätzlich das Prinzip, das was wir vorne haben, ist das, was hinten nochmal kommen muss. Also auch der Index steht kurz davor, allerdings der Index natürlich auf niedrigem Niveau, denn je größer der Abstand bis zum Verfall ist, und der ist ja erst im Juni, am Verfallstag, da ist also noch ein bisschen Platz. Und deshalb ist der Abstand ein bisschen größer, die 15.785, steht ja hier gerade, also nahezu das Ganze erreicht. Mal gucken, ob er das noch ein bisschen überschreitet, wundern würde es mich nicht. Insgesamt allerdings tatsächlich, eben die Long-Seite ist gespielt worden von den Marktteilnehmern und jetzt wird es dann spannend. Jetzt haben wir doch immerhin schon das letzte Hoch hier überwunden, ab jetzt kann es doch nicht mehr negativ sein. Vorsichtig für die Profis unter euch, die ein bisschen verschiedene Chart-Pattern kennen, es ist durchaus nicht unrealistisch, dass wir hier eine ABC-Korrektur hatten, ja, hier eine ABC-Korrektur nach oben und anschließend nochmal ein Impuls nach unten kommt. Und wer jetzt sagt, habe ich ja noch nie gesehen. Doch, doch, genau dieses Muster ist das, was wir beim DAX hatten, vor dem Corona-Crash oder inklusive des Corona-Crashs, nämlich ABC runter, ABC hoch, der nochmal ein bisschen höher als zuvor und anschließend nochmal runter. Also ihr seht, dieses Verhaltensmuster ist jetzt nur ein Beispiel, da könnte ich euch hier Dutzende zeigen, nein, Millionen, wenn ich genau suchen würde. Das ist ein ganz typisches Zeichen, ein Flat, eine Seitwärtskorrektur sozusagen und würde eigentlich perfekt in dieses Bild passen, denn ihr erinnert euch, ich habe doch beim DAX immer gesagt, irgendwie so diese Zone hier jetzt, das wäre doch ganz geschickt. Ja, gehen wir nochmal auf den DAX, das wäre jetzt dieses Bild, das ist nicht abwegig. So, damit ist die Bärenkatze aus dem Sack. Nee, noch nicht ganz, denn das ist ein typisches Marktverhalten, damit müssen wir tatsächlich rechnen, aber es ist kein zwangsläufiges Marktverhalten. Auch wenn die Kurse, die wir hier nach unten gesehen haben, eigentlich für den klassischen Bereich zu kurz sind, gibt es natürlich auch Korrekturen, die einfach sagen, das war jetzt die Korrektur, ab jetzt ist der Bulle dran. Also es ist nicht zwangsläufig, bitte versteht so etwas nicht falsch, dass der Markt jetzt, der muss da nochmal runter, aber es wäre ein typisches Bild. Wie gehen wir also jetzt vor bei der Geschichte? Das ist jetzt das typische wieder, was man überhaupt nicht leiden kann als Einsteiger in die Märkte. Wie, da gibt es jetzt wieder zwei Möglichkeiten? Nee, das kann nicht sein. Wenn der wirklich Ahnung hätte, sagt er uns jetzt, was genau passiert. Da wird Charttechniker auch nicht die Zukunft lesen können, sondern nur eben erkennen können, was sind klassische Verlaufsmuster und ab wann kann ich frühzeitig erkennen, in welchem wir drin sind. Kann ich euch allerdings die Idee geben, ab welchen Stellen eben geguckt werden muss und das ist beim DAX aktuell da auf den Niveaus, die wir hier eben angesprochen haben, nach dieser Korrektur. Wenn der Kurs jetzt als nächstes einfach immer nur so Korrekturen nach unten macht, das können kleinere, das können größere und kann auch sein, dass er erst weiter klettert, ist die Welt auf Bullenseite vorläufig absolut in Ordnung. Im Gegenteil, das wäre sogar ein gutes Zeichen für den Bullenmarkt. Ja, also wenn der auch noch ein bisschen weiter klettert, das kann ja durchaus passieren und nach unten Korrektiv unterwegs ist. Wir erinnern uns, Korrektiv waren dreiwellige Bewegungsmuster oder mehrwellig mit Kursüberschneidung. Jetzt ist das blöde, dreiwellig weiß man ja immer noch nicht, ob das dreiwellig wird, kann ja auch so sein. Deshalb ist es wichtig, dass wir solche Trigger mit einbauen. Ja, aber wenn er jetzt nach unten bricht, triggert er ja gar nicht. Richtig. Und deshalb ist das Einführen von Stops so wichtig, dass ihr, wenn ihr Angst habt, dass ihr sowas erlebt und eben nicht haben wollt, dass ihr dann sagt, okay, dann muss ich entsprechend mit meinem Stop da agieren. Einen engen Stop hatten wir mal angedacht hier beim DAX Future, den Index kann man ja nicht handeln, aber den DAX Future dann entsprechend oder entsprechend dann CFD da drauf, selbstverständlich oder was auch immer ihr dann dafür euch dann aussucht. Dann hätte man hier einen relativ nahen Stop, der zumindest diese Idee mal schützt, solange es weiterläuft. Ey, alles safe. Wenn er in die Pause geht, ja, fliegt man vielleicht raus, kann man aber ja nach der nächsten Korrektur wieder sagen. Naja, es ist Korrektiv, da kann ich ja dann nochmal wieder einsteigen in die entsprechende Long-Richtung. Also ihr seht, jetzt kommen wir wieder an den Entscheidungsbereich. Hier, als wir das angesprochen hatten, ging es nicht um Entscheidungsbereich. Hier ging es darum, wenn gebrochen ist, hat der Markt entschieden. Und zwar typischerweise, nicht zwingend, aber typischerweise für das Erreichen so dieser Hunderter-Marke. Ab jetzt wird wieder neu verhandelt. Jetzt sind die Bullen und die Bären wieder. Okay, jetzt haben wir das gesehen. Die Bullen bleiben natürlich gerne auf der Long-Seite. Manch ein Bär sagt, naja, bis dahin können wir uns das schon noch vorstellen, aber danach spätestens gehe ich lieber wieder raus. Oder versuche sogar mit Shorts da in den Markt zu kommen. Und dann sehen wir eben an der Reaktion, die jetzt in diesem Umfeld stattfindet, ob der Markt da weiter will oder nicht. Ich hoffe, dass das klar geworden ist. Daran kann man eben schon ein frühzeitiges Bild ablesen, ob das typischer ist jetzt. Ob wir damit rechnen müssen, uns darauf vorbereiten können, müssen oder dürfen oder eben nicht. Nochmal das Stichwort. Bekommen wir hier als nächstes eine scharfe Bewegung irgendwo im Umfeld der Hunderter-Marke. Das ist ungefähr bei 15.800 für den Future. Kriegen wir da, also bei der aktuellen Hochmarke, könnt ihr euch so ungefähr für den Nachmittag mal vormerken, kriegen wir starke Abwärtsbewegungen und nur Korrektivbewegungen nach oben. Also umgekehrt. Hier hatten wir stark nach oben und korrektiv nach unten. Deshalb die Voraussetzung nach oben. Kriegen wir jetzt das umgekehrte Bild, dann sieht das für die Bullen vorläufig nicht so gut aus. Insbesondere, wenn schon diese erste oder diese erwartete zweite Schubbewegung in die Abwärtsrichtung sich mit diesem überschneidet. Denn das würde bedeuten, dass wir nach oben eben nicht mehr mit Vollgas unterwegs sind, sondern dass die Marktteilnehmer sagen, glauben wir auch nicht dran. Das ist schon mal eine Aussage und insofern wäre das ein Hilfsmittel, um frühzeitig zu erkennen, nee, dann doch lieber nicht. Also insofern wäre auch diese Zwischenhochmarke nach wie vor, das ist das Hoch vom 22. März, für den Future-Kurs sind das ungefähr 15.470 oder was es ist, genau auf Millimeter, irgendwie sowas in der Richtung. Dieses Zwischenhoch sollten wir idealerweise nicht mehr unterschreiten. Wenn wir es unterschreiten, dann bitte, bitte, aber möglichst, möglichst korrektiv, damit wir immer noch Kleid haben, ja, aber ist noch in Ordnung, oder? Ist noch wackelig, ist noch nicht die Haupttrendrichtung. Ich hoffe, dass das klar ist, weil viele sich damit extrem schwer tun und dann immer schimpfen und sagen, ja, ihr weiß ja auch nicht, was passiert. Nee, aber ich kriege es ja gleich gesagt, was sie dann machen. Ja, also wir sind keine Zukunftsleser, wir sind ein darauf Reagierer und dann sagen, ja, machen wir halt. Ich glaube, über den Dow müssen wir jetzt nicht groß reden. Das Beispiel ist nahezu das Gleiche, was wir beim DAX haben. Wir haben das hinreichend erklärt und vorgeschlagen. Ich glaube, letzte Woche hatten wir das sogar vorgeschlagen und dementsprechend hier intensiver besprochen. Der ist noch einen Millimeter davon entfernt, aber es ist ja keine Garantie, dass er diese Marke erreicht. Es ist nur sehr typisch, dass er die erreicht oder sogar höher geht. Also ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir die wohl erreichen werden. Aber wenn er jetzt einen Millimeter tiefer dreht, dann ist die Idee dahinter die gleiche. Ja, also da ist da jetzt nicht großartig was kaputt gegangen. Er hat das, was er zeigen sollte, in der Situation gezeigt. Und jetzt ist die Frage, ob er von hier aus vielleicht sogar noch weiterläuft und korrektiv runtergeht. Alles safe. Idealerweise diese Marke, das ist 22. März nachmittags, nicht mehr überschreitet. Also unterschreitet in dem Fall. Dann ist alles gut. Wenn er sie unterschreitet, aber sehr korrektiv, würde ich auch nicht in Rage geraten. Auch noch eine Fortsetzung nach oben, vielleicht auf einen kleineren Wellengrad. Allerdings im Gegensatz dazu, wenn er dann irgendwann sowas macht und dann wackele ich nach oben, aha, dann sind wir wieder korrektiv auf dem Weg nach oben. Und das ist genau nicht die Richtung. Das kann sein, dass es erst später passiert oder noch später. Aber wenn das passiert, dann wissen wir, falsche Richtung, falsche Richtung. Wir sollten noch mal wechseln. Denkt da dran, heute Abend ist nicht nur Freitag. Es ist auch gleichzeitig Monatsende, also Wochenende und Monatsende und Quartalsende. Das heißt, manch einer könnte, das ist kein Versprechen, aber könnte heute Abend sagen, komm, ich schließe mal alles, schließe das Quartal noch mal mit den Gewinnen ab, was ich da noch rausnehmen konnte und dann gucken wir nach der Woche wieder neu. Dadurch, dass wir insgesamt im Markt aber sehr seitwärts jetzt die letzte Zeit gelaufen sind, jetzt nicht die letzte Woche, aber die letzte generelle Zeit, ihr seht das hier, habe ich fast die Vermutung, dass das keinen großen Effekt auslöst, aber vielleicht ein bisschen im Auge behalten, ob kurz vor Wochenende noch Gewinnmitnehmer da sind. Gewinnmitnehmer sieht man, weil sie eben verkaufen und dementsprechend dann ihre Longs schließen und das drückt den Markt runter. Wenn ihr also seht, dass vor dem Wochenende das passiert, dann wisst ihr, dass viele Marktteilnehmer Sorge haben, was nach dem Wochenende passiert. Und das wäre noch mal so ein bisschen Indiz für die negative Richtung, falls das passieren würde. Ich vermute, dass der Effekt nicht eintreten wird heute Abend, aber so hättet ihr eine Frühindikation, wenn ihr sagt, wie kann ich es doch ablesen, achtet ein bisschen da drauf. Wie sieht es beim S&P aus? Auch der ja im Bullenmarkt, der hat seine Zielmarke schon erreicht. Das war die gelbe, das ist die gleiche Projektion, die wir bei den anderen hatten. Allerdings der Hinweis hier noch mal, in dieser Kiste, ich könnte ja hier eine Box hinzeichnen, in dieser Kiste erwarte ich, dass die Marktteilnehmer, das hatte ich ja gestern schon mal angesprochen, ernsthaft überlegen, ob sie das Bullenspiel weiter ausreizen, obwohl sie am Anfang nicht gut drauf fahren. So sieht das nicht gut aus, wenn die am Anfang so sind. Eine Möglichkeit wäre, also muss es unbedingt drehen? Nein, auch hier gilt der gleiche Satz, wie was wir beim DAX und DAO besprochen haben. Achtet darauf, ob so etwas passiert und so etwas. Das hat hier vorne schon ganz gut funktioniert. Auch hier bei diesem hier, erinnert ihr euch, zack, dann hier wackele ich hoch und noch mal runter. Also das Prinzip, ja, es ist ja doch irgendwie immer das Gleiche, was man da macht an der Börse. Also das ist da das Gleiche. Das kann jetzt hier auch passieren. Wenn wir nicht mehr hier runter gehen vorläufig, ist das ein sehr gutes Zeichen. Für die Profis unter euch, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass das der statistisch weniger deutliche Fall eines Leading Diagonals ist und damit ein Anstieg eben, der nachträglich dann hier noch einen richtig schönen Anstieg dann eben ermöglicht. Da das aber statistisch nicht so häufig ist, bin ich jetzt nicht ein guter Freund davon zu sagen, ah, dann ist das bestimmt ein Leading, ich bleibe da jetzt mal drin. Möglich ist es, aber das ist etwas, was ich gerne im Nachhinein dann sage, ah, siehst du, es war dann doch ein Leading. Es ist statistisch 15 Prozent. Nicht so, dass ich davon ausgehe, ah, das muss bestimmt das sein. Allerdings, 15 Prozent klingt wenig, nur dass ihr das ein bisschen einordnen könnt. Wenn ihr ein Sechser würfelt, sind das 18 Prozent circa. Also ungefähr so, wenn ihr jetzt also sagt, ah, ich bin mir ganz sicher, als nächstes ein Sechser, da gehe ich all mein Geld drauf, bestimmt wird das ein Sechser. Dann könnt ihr es vielleicht eher einschätzen. Oder ob ihr sagt, naja, es kann ein Sechser werden, das ist durchaus möglich, aber ich möchte mich nicht darauf verlassen, dass es einer ist, was mein Geld angeht. Also bin ich dann etwas vorsichtiger und entweder Gewinnmitnehmer. Ihr könnt ja auch hier sagen, ich ziehe den Stop einfach hinterher, solange, in dem Fall vielleicht, der Parabolik im Vier-Stunden-Chart ist nur ein Angebot. Ihr könnt natürlich auch eine andere Mechanik für euch raussuchen, um zu sagen, solange es läuft, bleibe ich drin, wenn er dann dreht. Na gut, dann habe ich wenig von dem Hochster nochmal verloren. Und im schlimmsten Fall muss ich halt nochmal einsteigen nach der nächsten Korrektur, wenn es dann eben weiter nach oben geht. Also insofern, noch sind wir in der Aufwärtsbewegung, da erzähle ich euch beim Nasdaq nichts Neues. Allerdings, ich habe die Vermutung, dass wir an einem möglichen Entscheidungs-, also an einem möglichen Endpunkt, zumindest aber Entscheidungspunkt sind. Dass die Marktteilnehmer jetzt sagen, okay, wenn wir wirklich bullish wollen, wenn wir also wirklich sagen, es geht weiter, dann dürfen wir jetzt nicht so sehr uns ins Boxhorn jagen lassen, dann müssen wir weiter auf dem Weg nach oben bleiben. Das ist natürlich eine Ansage für einen Trailing-Stop, dass man sagt, nee, jetzt gehe ich ja nicht raus, jetzt verlasse ich die Party nicht. Wenn es jetzt nämlich nochmal richtig losgeht, dann haben wir richtig Spaß damit. Wenn ihr Angst habt, sowas zu verpassen, also entsprechend so wackelig hier nach unten, dass das vielleicht nicht so deutlich ist oder ihr gerade nicht dann am Platz seid, dann müsst ihr natürlich vielleicht den Stopp etwas weiter setzen, damit ihr drin bleibt, nicht sofort rausfliegt. Zum Beispiel der Supertrend, der bleibt dann immer waagrecht, wenn so eine Korrektur ist, aber wenn sie etwas größer ist, kann die einen natürlich auch rausholen. Allerdings, wenn wir jetzt eine ähnlich große Korrektur wie die hätten, wäre das nicht gut. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn wir jetzt im Bullenmarkt sind und kriegen quasi jetzt dann schon wieder so eine große, dann sind wir ja schon wieder massiv überschneidend, wäre nicht optimal. Also dementsprechend wäre meine Erwartungshaltung, ich mag mich täuschen, dass wir eher so eine kleinere Korrektur als nächstes bekommen, sollte es ein Bullenmarkt sein und ist die Chance, dass wir die überleben, mit diesem Nachziehmechanismus einigermaßen groß. So, also insofern habt ihr ein paar Ideen jetzt mitbekommen. Ich bin noch nicht auf dem Wechsel. Ich bin allerdings vorsichtig, weil wir an die entscheidenden Levels ran gelaufen sind. Ab jetzt gilt es. Ab jetzt müsst ihr schauen, ob es tatsächlich weitergeht. Dann bleibt ihr drin mit einem Trailing Stop. Wenn ihr vorsichtig sein wollt und sagt, ich nehme doch das Risiko nicht ins Wochenende mit, dann freut ihr euch über die Gewinne, die ihr in den letzten Tagen gemacht habt. Und wenn ihr sowieso zweiflerisch seid, dann nehmt ihr in den Zonen, wo wir das eben angezeichnet haben, die Gewinne einfach mit und sagt euch, was wir haben, haben wir. Nächste Woche wird neu verhandelt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen erfolgreichen Restfreitag noch. Ein tolles Wochenende. Und nächste Woche, schönerweise, geht es ja nicht nur mit neuer Woche, neuem Monat, sondern auch mit dem neuen Quartal weiter.